Weiter so, die ist alt genug, um geknallt zu werden. Bingo! Wer so rumläuft, kann einen ordentlichen Wumms vertragen. Noch so ein Schuss und sie kommt sich vor wie ein Moorhuhn. Los, weiter, sie zuckt noch. Super, schieß ihr die Birne weg und lass es reinregnen. Der hat gesessen. Der Schuss hat ihre Silikonkissen ganz schön tanzen lassen. Endgeiles Fratzengeballer. Wunderbar, vom Haus zur Ruine in nur einem Schuss. Jawohl, die Kinnlade hängt jetzt auf halb acht. Oh ja, knick ihr die Nippel, Amigo. Oder heißt es nipp ihr die Knickel? Der ging sauber rein, ganz ohne Gleitcreme. Strike! Volltreffer! Yippie! Geronimo! Und wenn wir es mit einer anderen Waffe probieren? Shit, dran ist noch lang nicht drin. Och, so ein Mist, der war doch so gut gezielt. Der dicken Luise hast du ja so richtig einen reingetan. Ein Hoch dem König der Kaltverformung. Schau mal, die dicke Luise ist geplatzt. Peng, weg, Vase. Nach dem Schuss geht das Ding locker als Kunst durch. Volltreffer! Bei der Attacke ist dem Trebuchet glatt das Gummi geplatzt. Jetzt können die da drüben Mikado spielen. Ha! Die Höllenorgel hat jetzt teuflisch eins auf die Hörner gekriegt. Arsch, geiler Schuss. Die Höllenorgel passt jetzt bequem in die gelbe Tonne. Jetzt hat sich's ausgeorgelt, Amigo. Wow, perfekter Schuss. Da könnt sich Prall mal ein Beispiel dran nehmen. Die alte Pfeife. Super, und dafür hatte sie ihre Lieblingsbäume gefällt. Reichlich Material für Zahnstocher, oder? Den Namen konnte sowieso keiner aussprechen. Wie hieß der noch gleich? Dem hast du im wahrsten Sinne des Wortes ein Paar von den Ballon gehauen. Geiler Schuss. Das nenne ich einen heißen Abgang. Dem ist glatt die Luft ausgegangen. Versenkt. Der Raketenwerfer hat jetzt nur noch Schrott wert. Perfekt gefaltet. Den Raketenwerfer kann sie jetzt spazieren tragen. Rakete? Ist nicht mehr. Satter Treffer. Ich kann die Schickse bis hierhin heulen hören. Autsch. Das Ding steckt seinen Rüssel nirgendwo mehr rein. Tja, die Wilhelm-Tell-Nummer müssen die jetzt wohl ausfallen lassen. Haha. Hey, ich wusste immer, dass deine Gegnerin ne echt heiße Braut ist. Den feurigen Abgang hat dir sich garantiert anders vorgestellt. Oh ja, mit dem Abschuss hast du sie so richtig zum Kochen gebracht. Hey, ich glaub, von der bekommst du nichts zu Weihnachten. Hey, kommen die Flammen von drüben oder schießen die aus deiner Hose? Hey, schöner Treffer, bau ihr doch aus dem Schrott ne Liebesschaukel. Hat Madame drüben Blähungen oder warum guckt die so zerknirscht? Du hast ne komische Art nach Brennholz zu fragen. Jetzt kann sie mit der Zwille schießen. Mein Lieber, du kommst aber schnell zur Sache. Naja, immerhin können die mit den Kugeln jetzt noch Boccia spielen. Ja, weiter so. Mach du den Teer heiß und ich hol die Federn. Genau. Wofür braucht die Königsgöre denn ne Kanone? Ja, ja, Männer sind Schweine. Immer wenn etwas größer wird, machen wir es wieder kleiner. Bist du wahnsinnig? Ich hab mir fast in die Hose geschissen. Hey, ich steh nicht auf diese letzten Drückernummern, kapiert? Buh. Jetzt weiß ich, warum ihr Vater sie immer Stinkerchen genannt hat. Klasse Treffer, aber es stinkt, als ständt bei Prall die Hose offen. Ja, schick die blöden Landeier in die Wüste. Super, der Gülle-Geruch war sowieso unerträglich. Das verstehe ich unter Bauernopfer. Perfekter Schuss. Zehn auf einen Streich. Hey, du verstehst tatsächlich was von Flurbereinigung? Bravo. Unser gegnerisches Bauernproblem hat sich soeben in Luft aufgelöst. Denen hast du die ganze Barschaft eingeschmolzen. Da siehst du's, das Gold liegt doch auf der Straße. Ich sag's ja immer, Alkohol ist tödlich. Das verstehst du also unter Saufen bis zum Umfallen. Patsch, der hat den Hammer für immer aus der Hand gelegt. Und wer repariert drüben jetzt die Gebäude? Von wegen, Handwerk hat goldenen Boden. Jetzt auf den Palast, bevor der neue Steinmetz anfängt. Das war's mit Reparieren. Schluss mit lustig. Die Steinfresser sind alle fertig gemacht. Wow, denen hast du ziemlich in die Glut gespuckt. Hey, hey, denen ist gerade der Amboss um die Ohren geflogen. Zauberhaft, wie wir den eingeäschert haben. Kompliment, den hast du aber in der schicken Rauchsäule verduften lassen. Jetzt hat sich's ausgezaubert. Das war unser Endzauberer. Geiles Feuerwerk. Du verstehst zu feiern. Weiter so. Feuerbestattungen liegen voll im Trend. Ja, lass es krachen. Mann, da hast du ja mal richtig einen abgeledert. Mann, hast du es krachen lassen. Klasse Schuss. Der Türsteher ist total geplättet. Was für ein blöder Treffer. Ich seh gar kein Blut. Ja, stutz ihr die Flügel. Gib mir mal das Fernglas. Ich will sehen, wie viel Personal du erwischt hast. Hey, da drüben gibt's keine Waffen mehr. Hey, das war die letzte. Tja, Baby, jetzt kannst du dich nur noch ausziehen, um uns zu erschrecken. Achtung, jetzt schmeißt er gleich mit Wartebäuschen. Liegt der Bauer tot im Zimmer? Lebt er nimmer. Und wer zahlt jetzt drüben die Steuern? Hm, hier riecht's nach Bauer am Spieß. Letzter Bauer am Spieß. Ganz frisch und knusprig. Jetzt ist er pleite. Darf ich rüber gehen und sie noch ein bisschen quälen? Tja, da drüben hat sich's jetzt wohl ausgebummst. Bravo, der Palast ist reif für die Abrissbirne. Bravo, der Palast ist reif für die Abrissbirne. Da können wir ja prall nehmen für. Der Görer hast du so richtig den Arsch versohlt. Komm, zur Strafe lassen wir sie jetzt in unsere Kneipe an der Stange tanzen. Du hast es ihr perfekt besorgt. Da stehen Frauen drauf. Wer hatte hier gegrillten Kanonier bestellt? Guck mal, wie die an der Waffe zittern vor Freude. Potsblitz, die Häuser sprühen ja förmlich vor Begeisterung. Da dürfte wohl ne Komplettsanierung fällig sein. Und was da drüben bei ihr alles wackelt. Hey, ich kann bei der Tussi die St. Andreas Spalte sehen. Hey, das riecht ja wie prall unterm Arm. Boah, die Dosis lässt sogar deinen Fußpilz erblassen. Oh ja, so einen Riesenzapfen hätte ich auch gern. Heute frische Tiefkühlburgen im Angebot. Los, jetzt verpasse hier ne bombige Kurpackung. Komm schon, eingezielter Schuss und sie steht für dich in Flammen. Vorsicht, gleich regnet's Bomben. Hey, das ist keine Gewitterwolke. Die haben den blöden Zeppelin fertig. Brandheiße Meldung, Feuerkatapult ist drüben fertig. Pass auf, gleich regnet's heiße Kohlen. Achtung, gleich wird's laut, bunt und tödlich. Wenn die auspacken, können wir einpacken. Volle Deckung, die haben schon wieder was Neues zusammengelötet. Hey, bau uns doch auch mal so ne Riesenschleuder. Schreibt mein Testament eigentlich mit D oder mit T? Wenn das Ding fertig wird, kannst du uns von der Mauer kratzen. Pass auf, die heiße Gina reibt uns gleich ihre dicken Ballons unter die Nase. Wenn die trifft, hilft uns noch nicht einmal ganz viel Wasser. Das wird ganz schön rappeln. Halt schon mal deine Dritten fest. Wenn die uns damit treffen, wird ne Identifizierung echt schwierig. Naja, gesteinigt zu werden ist immer noch besser als gekreuzigt. Wenn die Trebuchet mit uns fertig ist, sind wir ein Fall für den Abdecker. Pass auf, die Höllenorgel hat ein paar echt tödliche Akkorde drauf. Oh, 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 ich hoffe du bist musikalisch. Oh Mann, gleich regnet's fünf Kugeln auf einmal. Ist gepfehlt zu werden eigentlich ein schöner Tod? Wenn die Akabalista unsere Mauern trifft, stehen wir im Freien. Uh, guck mal, die haben was Großes und Hartes für dich. Auf die Mauer wär Honecker stolz gewesen. So, jetzt kannst du deinen Gegnern direkt auf die Birne spucken. Dein Zeppelin ist fertig. Schick ihn rüber und escher sie ein. Jetzt wird's Zeit, ihre Mauern einzureißen. Nach einem Schuss ist da drüben Volkstrauertag. Damit kannst du's ihr gleich fünfmal besorgen. Hey, wie wär's jetzt mit ner großzügigen Flächensanierung? Baller schon los und dreh sie auf links. Jetzt wird's explosiv. Los, massier ihr damit ordentlich das Zahnfleisch. Ich glaube, es ist höchste Zeit für ein schönes Massaker. Wenn du jetzt durchhältst, ist in zwei Minuten Feierabend. Ob die wissen, dass ihre Friedhofskarte schon gestempelt ist? Ey, das Spiel heißt Ballerburg und nicht Schnarchpalast. Los, du sollst zielen, nicht die Burg vermessen. Bist du überfordert oder warum hör ich nichts? Mensch, abhängen kannst du auch zu Hause. Wenn du keinen Bock hast, schalt gefällig die Kiste aus, okay? Wenn du meditieren willst, geh verdammt nochmal aufs Klo. Wenn du keinen Bock mehr hast, mach das Ding aus, aber lass mich hier nicht so lange warten, ja? Willst du warten, bis die da drüben an Altersschwäche sterben oder was? Bis du hier fertig bist, hab ich mit ner 90-Jährigen ne ganze Insel bevölkert. Was hältst du davon, wenn ich jetzt meinen Resturlaub nehme? Hey, sorry, aber bei deiner lahmen Ballerei fallen einem die Augen zu. War kurz bei der Königin, die brauchte frisches Badewasser. Dein geiler Arsch hat mir glatt die Sprache verschlagen. Zu dem Elend hier fällt mir einfach nichts mehr ein. Puh, da bin ich wieder. Hey, ich mach hier nicht mit, damit mein Leben spannender wird. Ich spiel hier Beamten-Mikado. Sag mal, wie ist das Spiel so? Sorry, Strom war ausgefallen.